Musik Moins und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Paddle 2 Ich möchte euch heute ein kleines Tutorial nahe bringen Erstmal möchte ich Banes zum Fressebringen halten So, wir wollen folgendes machen Wir wollen uns drei Achievements, eigentlich sogar vier Achievements in diesem Run sichern Einmal You Owe Me One, Entrapment, Suite 16 Und natürlich noch, um es nicht zu vergessen Wo ist es? Don't forget to floss Was müssen wir dazu machen? Erstmal die 10 Gefallen aufbrauchen Macht es folgendermaßen Der ihr sowieso den Standard Escape habt, würde ich euch empfehlen, drei Spy Camps im hinteren Bereich zu blenden Diese drei Damit habt ihr schon mal 6 von 10 Punkten verbraucht Weitere vier müssen nun benutzt werden Ihr könnt es auf zwei Weise machen, so wie ich es euch empfehlen würde Das ist nur meine Idee Entweder, das wäre jetzt meine Variante Wenn ihr nicht zu gut werfen könnt, holt euch die Unlocked Door Damit könnt ihr dann die Bags in Sicherheit bringen Und dazu den vergifteten Kuchen Macht aber nur Sinn, wenn ihr den oberen Vault bekommt Und das ist mir zu sehr vom Lack abhängig Deswegen kaufe ich mir die Keycard Und was ich noch sehr wichtig finde, die Located Keybox Da wir ja in den Vault rein wollen, ohne zu drillen Weil, wenn wir Pech haben, kriegen wir einen Kack-Setting, sag ich mal Und wenn dann eine Guard ankommt, haben wir Probleme So Wir haben den Vault oben, das ist gut Damit haben wir einen leichteren Transportweg Oh Nicht in die Guard reinlaufen nach Möglichkeit Ihr habt gesehen, dass dort hinten eine Guard war Die werde ich mir jetzt auch direkt holen Es geht darum, wir müssen die vier Moving Ziffs Und Die zwei Gards wegholen So Sobald ich ihn habe, werde ich ihn in den Server Room reinbringen Na, jetzt nehme ich ihn schon Ja, ich brauche eine Keycard, ich weiß nicht Fällt das schon mal großartig, wenn du es so Nein Geh rein Also, was müsst ihr machen? Da wir ja sechs Teambacks Wir machen übrigens alle 23, wenn wir Glück haben Geht es darum, dass wir hier oben eine freie Zone haben Zu der wir safe finden können Was müssen wir dazu also machen? Es gibt insgesamt Mindestens fünf Tendenziell eher sechs Moving Ziffs Die müssen wir alle holen Es gibt zweimal, wenn wir Pech haben Wenn wir Glück haben, nur einmal Einen Zivi im weißen Hemd Der kommt, sobald wir das hier aktivieren Dann gibt es einen Jetzt muss ich auch mal ganz kurz gucken Ich denke, ich werde mich mal ein bisschen um oben kümmern Dann gibt es einen Zivi Dann gibt es halt den Bankmanager Die Female Bankmanagerin Da muss ich jetzt mal kurz hin Aber wenn ich mich gerade frage Nein, das war nämlich die zweite Garte Jetzt muss ich hoffen, dass sie da hinten nicht aufsteht In diesen zehn Sekunden Denn sonst würde sie ihn spotten Und das wäre schlecht Oh oh, nimm ihn Puh, okay Sie wird jetzt wahrscheinlich hier reinlaufen Ja, nein Ich halte meine Maul Doch, sie kommt Gut, wenn wir Glück haben, geht sie rechts durch die Treppenmaus Dann haben wir es echt safe Aber wahrscheinlich wird sie jetzt einfach irgendwo reingehen Ich hole sie mir einfach jetzt Und bringe sie doch nicht so gut Oh, der Bankmanager ist Oh, zum Glück Zum Glück Manchmal ist Payday echt ein bisschen vom Glück abhängig Nun denn Eins von fünf ist safe Was müssen wir jetzt noch machen? Erstmal geht es jetzt darum, natürlich den richtigen PC zu hacken Fangen wir doch mal an Es gibt acht PCs Insgesamt mit etwas Glück Könnten wir sogar das Achievement für den ersten PC bekommen Aber erwartet das bitte nicht von mir Denn ich habe so viel Glück Wie jemand Der pausenlos auf schwarz und pausenlos rot kommt Also was Payday und RNG angeht Da bin ich nicht gerade Mit Glück geschlagen Den ich es mal Wir haben aber zumindest schon mal zwei Gards weg Und ein Moving Ziff Das ist auch schon mal etwas Müsste aber ein Ja Oh, das sind so diese Momente Ihr müsst extrem aufpassen Wenn jemand die Treppe hochkommt Ich würde echt Ich würde ihn so gerne wegholen Aber das geht leider nicht Dazu müssen wir warten Dass er hier an die Treppe kommt Das dauert jetzt nicht mehr lange Und zwar Jetzt Ach nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö gespottet werden, wären wir damit schon mal safe. Zumindest mit den Civis. So, den PC hatten wir. Zu dem können wir gerade nicht hin, weil da einer ist. Da können wir echt nicht hin. Also fehlt uns jetzt noch die schwarze und der Female Bank Manager. Das ist jetzt nicht schlecht, ist jetzt aber auch nicht gut. Also die Quote ist, sag ich mal, akzeptabel. Außer natürlich werde jetzt direkt gespottet werden. Das wäre schlecht. Bevor ihr euch wundert, ich zerschieße die Camp nur noch nicht, weil ich eben weiß, dass wahrscheinlich aus dieser oberen Etage halt noch eine Gart kommen wird. Und die würde das halt sehen. Ich meine, ich glaube sogar an sie. Ich könnte die sogar da hinten wegholen. Ist die Frage, was mache ich jetzt? Ich hole es. Safety first. Damit könnten wir dann auf jeden Fall die Civis hier wegholen. Der Part, wo wir die Civis wegholen müssen, dauert ein bisschen. Es ist halt wichtig, dass ihr sie hier ungefähr wegholt, in diesem Bereich, damit ihr sie schnell in eine der zwei Räume bringen könnt. Dann, sobald ihr, ich sag mal, das gemacht habt, zumindest zwei von denen rausgenommen habt, dann könntet ihr langsam mal anfangen, euch um so ein paar Sachen zu kümmern, sag ich mal. Aber er wäre halt gar nicht mehr so vorteilhaft. Gut, das dürfte mein Civis gewesen sein. Auch wenn ich mich immer noch frage, was sie gerade gesehen hat. Wahrscheinlich den Bankmanager, oder? Ja, gut. Ist jetzt nicht so schlimm. Damit haben wir schon mal drei. Fällt nur noch die Schwarze. Der letzte Moving Civ. Wir werden dafür sorgen, dass uns die Schwarze nicht in einem unpassenden Moment spottet, sag ich mal. Das heißt, ich würde sagen, wir warten noch ein ganz kleines bisschen. Wir könnten mal probieren, die in einen besseren Spot zu bringen. Ungefähr hier. Er liegt schon mal relativ gut. Und sie lag eigentlich auch ziemlich gut. Das habe ich jetzt ein bisschen verkackt. Aber es funktioniert. Die Frage ist, wie komme ich zu ihm, werde ich jetzt nicht hingehen, weil zu ihm hier hin, da sind ja gerade Leute, wie ihr seht. Gut, jetzt geht es erstmal darum. Ich würde sagen, wir holen erstmal unten die vier PCs weg. Das finde ich jetzt persönlich noch mit am wichtigsten. Und wir müssen halt noch gucken, dass wir die Schwarze kriegen an einem guten Punkt. Wie gesagt, optimal wären hier die Treppen. Weil hier kann man die halt richtig, richtig easy wegholen. Ist halt wirklich der sicherste Spot auf der ganzen Map. Ich würde halt... Da unten ist sie. Nächster PC. Rechnet mal damit, dass es vielleicht der sechste PC wird bei mir. Also Durchschnitt ist sechster so. Und da wir den Vault oben haben, wird es mit dem Back transportieren auch richtig gut werden. Wir werden dann später folgendes machen. Egal was wir haben, wir werfen das dann einfach ungefähr auf diesen Punkt hier hin. Die Guards werden das nicht sehen, daher ist das komplett safe. Und dann müsst ihr, sobald ihr alle draußen habt, zumindest alle 16, wenn ihr das Achievement wollt, im Zusammenhang damit, einfach nur noch hier runterbringt. Ich zeige es jetzt einmal kurz im Video. Wenn ihr Goldbags habt, zielt ihr mit der K4-Rifle und meinen Modifikationen auf diesen Punkt, werft dann und trefft. Damit trefft ihr zu 100%. Deswegen habe ich auch nicht das Asset gekauft, dass ich die offene Tür habe, weil ich ziemlich sicher bin, dass ich treffen werde. Gut, sieht ganz danach aus, als ob wir nicht gerade mit Glück geschlagen sind. Vier PCs sind jetzt schon weg. Zwei sind es noch. Ich persönlich tippe ja... Ne, drei PCs sind jetzt erst weg. Ich persönlich weiß, dass ich nicht sehr viel Glück habe, von daher tippe ich darauf, dass wir einen PC im oberen Bereich bekommen werden. Ich mache jetzt so der Form halber hier unten alles, damit ich dann halt weiß, dass ich nicht mehr hier runter muss. Das ist eigentlich auch der einzige Grund. Sobald ich das gemacht habe, kann ich mich komplett oben aufhalten, auf den Civvy warten, die Guards holen. Das Einzige, was halt wichtig ist, ist, dass wir dann später noch den Ein-Moving-Ziv wegholen, weil der könnte später echt Probleme machen. Es sind... Es ist Minimum Ein-Moving-Ziv, Maximum zwei. Das müsst ihr euch immer... merken. Gut, sind wir hier unten fertig. Nie wieder hier hingehen. Die Schwarze hat sie anscheinend nicht in meinen Korridor der Entspannung bequemt, sag ich mal. Sieht nicht danach aus. Doch! Oho! Da ist sie ja, da ist sie ja, da ist sie ja. Oho! Und wir haben den Code, das ist gut. Gut, ich spotte die nochmal ganz kurz und schaue, dass sie vielleicht gut läuft, dass wir die vielleicht auch holen können. Da hinten ist sie ja. Ich aktiviere mal hier schon. Wenn wir Glück haben, kommt sie hier hoch. Aber das denke ich nicht. Das wäre echt zu einfach. Die steht jetzt da hinten halt und schaut halt ein bisschen dumm rum in der Gegend rum. Ja, jetzt heißt es warten. Aber keine Sorge, das Warten wird euch ein bisschen versüßt, denn ihr dürft ein Telefon anrufbar antworten von Gensec. Und, was natürlich das Allerschönste ist, jetzt muss ich ganz kurz doch gucken, wo sie ist. Okay, auf einem beschissenen Weg. Und ihr dürft, wenn ihr Pech habt, eine Gart wegholen, wenn ihr Glück habt, nur zwei Civis. Was das aber auch schon ziemlich scheiße machen kann, ist, wenn ihr dann warten müsst. Ich hoffe sehr, dass wir zwei unten bekommen. Weil das würde halt bedeuten, zwei Civis. Ja, das weiß ich. Die Frage ist nur, ob wir unten oder oben kriegen. Okay, hier stehe ich nicht ganz so gut, denn hier können ja welche hochkommen. Okay, wir haben die Gart. Die holen wir uns auch ganz kurz. Und es war vielleicht nicht ganz so schlau, die hier zu holen. Scheiße. Fuck. Das ist gerade echt scheiße, dass ich das jetzt gemacht habe. Ich hätte den Biss in den Aufzug reinhauen müssen. Jetzt kriegen wir halt den unteren Civis, ja. Ach, scheiße. Da kommt er halt auch schon. Das Problem wäre, den wegzuholen ist jetzt nicht die größte Herausforderung. Nein. Da hinten ist die schwarze. Die holen wir uns. Nein, das größte Problem ist dort, wo ich die Gart gerade weggeschossen habe. Okay, tut mir leid. Ich muss jetzt in diesem Tutorial doch etwas rumdooben. Das solltet ihr bitte nicht machen. Aber ich brauche dringend jemanden, der für mich was einsackt. Gut, ich werde hier auch ganz kurz unterbrechen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich hinten ein Wort bin. Gut, Leute. Nachdem mir jetzt kurz aus der Klemme geholfen wurde, habt ihr gesehen, der Cutter hat nicht lange gedauert. Es tut mir wirklich nicht, mir ist das so peinlich. Normalerweise achte ich da eigentlich total drauf. Haben wir jetzt die einfache Aufgabe, unsere Sachen, Alter, es kann echt nicht besser laufen. Doch, kann es. Aber nur in einem einzigen Fall. Wir haben das Office. Alter, Schwede. Das ist krass. Das ist echt krass. Vom Setting her, vom RNG-Setting. Gut, wir machen folgendes. Wir planten uns eine Tripmine hier. Ich würde euch empfehlen, Tripmines mitzunehmen, nur für den Worst Case, sag ich mal. So, hier gehen wir jetzt auf keinen Fall hin, denn ihr seht ja, dort sind gerade einige. Wir holen uns jetzt, wie ich schon sagte, wir machen ja all that possible. Wir müssen uns ja noch den ATM holen. Lockpick 45 Sekunden. Ich würde es auf jeden Fall durch die Wand machen. Da drinnen 45 Sekunden, wenn ihr das hinkriegt, meine lieben Freunde. Master of RNG. Ohne Scheiß. Das ist fast unmöglich. Da müsst ihr im Hinterbereich mindestens vier Guards wegholen und dann dafür sorgen. Ich bin schon bereit abzubrechen. Ich habe es schon öfters erlebt, dass hier eine Guards rausgekommen ist oder sogar einmal von links hinter mir kam. Also auf dem Web habe ich schon alles erlebt. Da traue ich auch inzwischen hier all den Guards alles zu. Das Wichtigste ist erstmal das Lockpicken. Sobald wir das gemacht haben, können wir kurz hochgehen, die Schlüssel holen, den Scheiß aktivieren. Naja. Ist jetzt auch nicht so die Schwierigkeit. So, das haben wir jetzt gemacht. Oben ist gerade keiner. Oder zumindest keiner, der bedrohlich werden könnte. Nehmen wir halt die Schlüssel. Gut. Ich werde jetzt noch kurz da unten den ATM holen. Das ist noch wichtig, wegen All that Possible halt. und dann werde ich eigentlich auch schon wieder gehen. Beziehungsweise, dann werde ich halt hier oben den Vault aktivieren und alles, aber ab jetzt ist es tatsächlich nicht mehr schwer. Ab jetzt ist es tatsächlich einfach nur noch Ich werde jetzt noch eine Tripmine planten. Das muss ich auf jeden Fall tun. Und zwar wäre die Tripmine einmal hier zu planten. Damit ich weiß, wenn jemand nach oben kommt. Oh nein! Ich habe den Moment verpasst, oder? Habe ich nicht? Dann jetzt sofort rein. Geldton und wieder raus. Das sind drei Sekunden. Einfach nur noch weg, Leute. Das ist das Wichtige jetzt. Da wir jetzt das haben, das war der schwierigste Teil noch den ATM hier zu holen. Der Rest ist tatsächlich leicht. Denn ab jetzt heißt es einfach nur noch wirklich warten. Das ist das Wichtigste. Wenn ihr ein was habt beim Staphen, vor allem bei solchen Achievements, dann ist es Zeit im Überfluss. Da könnt ihr wirklich auf eure eigenen Zeiten sagen, ah, ich will das jetzt aber durchwaschen. Gewöhnt euch das ab. Das ist wichtig. Denn ansonsten könntet ihr das sehr leicht verkacken. Zum Beispiel das, was ich jetzt mache, würde ich euch bitten, nicht nachzumachen. Gut, haben wir nämlich auch das gemacht. Ach ja. Manager's Code. Das war jetzt ziemlich risky. Und das, wenn es geht, auch nicht machen. Ich überhaste gerade wirklich Finges. Also. Ihr habt ja gesehen, wir haben im Hinterbereich alles gesichert. Jetzt heißt es einfach nur nochmal zurückgehen. Den Manager's Code vom PC halt holen. Ist jetzt auch nicht so die schwere Sache. Und dann könntet ihr jetzt eigentlich zurückgehen. Und 3, 1, 2, 3. Sehr gut. Auf jeden Fall immer hier reingehen. Das hier ist euer Safe Room. Das ist einfach euer Safe Room. Auf den, auf den müsst ihr wirklich, den müsst ihr, wenn ihr den habt, used den. Used den, wie sonst was. Keine Ahnung. Aber used den. Das ist verdammt wichtig. Ich möchte ganz kurz nochmal etwas machen. Ich weiß, ich weiß die Tutorial, aber. Ich komme mir dabei fast gerade ein bisschen blöd vor, wisst ihr? Ich nehme mir gerade auf, mache ein Tutorial, wie man irgendwie zwei eigentlich schwere Achievements bekommt. Ja, komm TS hier, komm, red mal mit mir. Das macht es vielleicht ein bisschen interessanter für euch. Ich weiß es nicht. Gut, als nächstes einfach nur noch in den Scheißsee rein, sag ich mal. Und danach ist es wirklich nur noch. Ihr wartet, bis dieser Bereich hier oben komplett frei ist, dass ihr safe raus könnt. Und da bringt ihr die Taschen einfach bis zu dem Tresor und geht halt. Fertig. Das ist die gesamte Kunst hierbei. Oh oh. Öffne, 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 öffne. Schaffe ich nicht, schaffe ich nicht, schaffe ich nicht. Wie ich schon mal gesagt habe, riskiert nichts. Vor allem nicht, wenn jemand draußen steht. Geht dann nie aus dem Vault raus. Nie. Und das wäre jetzt das Worst Setting. Jetzt müsst ihr nämlich wirklich lockpicken. Wenn jetzt hier in den Garten kommen würde und euch drillen sehen würde, hättet ihr es verschissen. Oh, mal Glück. Gut. Ihr seht, jetzt ist es einfach nur noch hier, die Bags, die wir jetzt haben, in Sicherheit zu bringen. Ich werde das gleich einmal am Beispiel zeigen. Einmal am Gold und einmal am, na, wobei, das werde ich euch später zeigen. Also für mich heißt es jetzt erstmal eine Stunde Zeit verschwenden, in Anführungszeichen, denn jetzt gilt es für mich, alles rauszubringen. Und zwar wirklich alles, 16 Bags, nicht ganz, sondern eigentlich 23. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich alle Bags auf der anderen Seite habe. Bis gleich. Gut, Leute, willkommen zurück. Ihr seht, es ist einiges an Zeit ins Lande gegangen. Ich habe leider vergessen, wann ich die Aufnahme das letzte Mal gestoppt habe. Wir haben jetzt schon insgesamt die normalen 15 Bags safe. Es gab weitere 8 Gold Bags für uns, was eigentlich schon ziemlich gut und ziemlich scheiße zugleich ist, da das ziemlich lange dauert zu schleppen. Nichtsdestotrotz haben wir es jetzt trotz einer Kackquote so gut wie geschafft. Der liebe Odi, beziehungsweise, ich habe dich in meinem Video übrigens angesprochen, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich will, dass mir das honoriert wird. Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Nicht? Jetzt in dem, in dem Tutorial jetzt hier, was ich gemacht habe, da meinte ich gerade noch so, ja, weißt du, der liebe C-Punkt, ich sage jetzt aber nicht deinen Vornamen, weil den hast du mir anvertraut, in der, ich sage mal, dass ich den jetzt nicht öffentlich mache, das ist ja deine Entscheidung. Ja, ich grüße dich. Kannst du gerne, kannst du gerne ansprechen. So, oh, Sivi? Nee, dir steht die Privatsphäre. Ja gut. Kannst du mich auch gerne mit meinem Vornamen ansprechen, aber der ist ja allgemein bekannt. Weil ich und Archer haben denselben Vornamen. Ich weiß. Das fand ich echt bemerkenswert. Aber ich musste echt sagen, wo du, wo ihr die Firestarter-Challenge gemacht habt und ich mir nur so gedacht hab, hast du dir das nochmal angeschaut bei 46.07? Nein. Das Geile war halt, das wollte ich noch ansprechen. Ich hab mir diese Stelle zehnmal angeguckt, sogar mit meinem Video-Bearbeitungsprogramm. Ich hab das Money Bundle nicht gesehen. Hab dann beim nächsten Ice trotzdem nochmal danach geschaut, hab's wieder nicht gefunden, dachte, ja gut, vielleicht ist er dieses Mal nicht hier, ne? Und jetzt höre ich, dass ich das wieder fast immer sehen hätte. Und ich hab mir nur so gedacht, das ist nicht sein Scheiß-Ernst. Das ist so offensichtlich, wie es da liegt. Und er läuft halt zweimal, bis du mir mal vorbeigelaufen bist. Zweimal. Oh Gott. Ich hab mir echt gedacht, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, die letzte Hürde. Wir schmeißen mal lieber das Gold weg, weil das könnte ein bisschen tricky werden, da durchzulaufen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und wir sind durch. Sehr gut. Wenn du mir das Gold vorbringst, dann werfe ich das hier safe rein. Wie gesagt, du kannst hier gucken, ich hab bisher keinen einzigen Back verfehlt. Ist es aber auch jetzt nicht diese Herausforderung, zumindest nicht mit Moneybacks. Und wenn du weißt, wie es geht, ist mit Gold auch keine Herausforderung. Ach, danke. Bei Big Bang, ich wüsste gar nicht, wann ich das letzte Mal diesen Escape gewählt hab. Man nimmt eigentlich standgemäß immer den Elevator, ich weiß, ne? Aber wenn du dich einmal dran gewöhnst, an diesen Escape, dann wirst du den nicht mehr loslassen wollen. Einfach, weil du halt diesen Vorteil hast, du kannst dir hinten alle drei Spycamps setzen, damit alle Guards spotten. Mit vier Personen würde ich wahrscheinlich auch Elevator nehmen. Einfach, weil du damit halt die Möglichkeit hast, einen reinzusetzen, sag ich mal, der die ganzen Guards für dich spottet und schaut, ob der Weg frei ist. Aber so mit zwei Player oder im Solo-Staff finde ich einfach den Escape so viel besser. Weil, ja klar, du musst halt zwar am Anfang die sechs Civis wegholen, wenn du Pech hast, wenn du Glück hast, halt fünf. Und halt die drei Guards, wenn du Glück hast, halt nur zwei. Ach, das ist das letzte. Na dann. Ja. Haben wir's. Geht das eigentlich noch, dass man auf das Dach von dem Van springt? Ja, somit habe ich den Heiß nämlich auch abgeschlossen damals. Okay. Bei meinem Glück springe ich wahrscheinlich drüber oder ich springe zu kurz. Ja. Ja, ich habe mich irgendwie ganz komisch gedraufbackt. Frag mich nicht, wie ich es gemacht habe, aber. Jump. Okay, warte, da ist ein Civis, da ist ein Civis. Get nicht spottet, wenn geht. Okay. Okay, dann jump du. Boah, smooth, Alter. Ich komme auch noch. Der Moonwalk durch die Luft. Bei mir wüsst du halt noch auf den Boden aufkommen, aber wie so ein Trampolin nach oben geflogen. Echt? Ja. Das war gut. Gut, Leute, also das war es vom Tutorial, wie ihr Entrapment, wie ihr die YouOwMe1, wie ihr Sweet16 holt, whatever, diese Achievements, die man halt mit so einem Run holen kann. Damit danke ich mich für das Anschauen, Leute. Falls ihr irgendwelche Fragen für weitere Self-Achievements habt, schreibt mich ruhig an. Ich und Olin werden uns mal dransetzen. Bis dann, haut rein. Ciao. Haut rein. Servus. Das war es mir super hunter. Bis dann. Bis dann.